Jedes Jahr aufs Neue versuchen die YouTuber den Footdraft Rekord aufzustellen. Doch nicht jeder ist dafür gemacht. Nicht jeder hat den Willen und die Kraft und vor allem das Durchhaltevermögen, den Rekord einzustellen. Doch dann gibt es dort diesen einen YouTuber. Keine Angst vor Misserfolgen, setzt sich immer wieder ran und bleibt am Ball. Bis zum bahnbrechenden Footdraft Rekord. Und heute soll es wieder soweit sein. Heute wird ein neuer Weltrekord geschrieben. Wir werden nur *** schaffen, Chad. Drei, vier. Ich seh mich jetzt. Ich seh mich jetzt bei 4, triple, 2, Icon zum Start. Okay, ich hätte jetzt eher für ein Offensiv-Icon mich eingesetzt. Aber das nehm ich auch mit. Das Wichtigste ist bei Ohne Flügel, dass die Startaufstellung hittet. Wichtig. Aber wir haben hier noch vier weitere Positionen leider vor uns. Das Wichtigste ist wichtig. Oh mein Gott. Ihr glaubt gar nicht, was dieser Mann jetzt gerade für einen Game Changer ist. Das ist 8 und 8 und 9. Das ist kein 95, das ist kein 94. Das ist 98. Fuck, wir kriegen jetzt bestimmt noch einen Realm-Sturm. Okay, wow. Okay, wow. Okay, wow. 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 Mach keinen Scheiß hier, ey. Bitte. Wir wissen es gerade beide. Wie wir hier sitzen. Ich muss da von ein Foto machen. Das könnte es werden, Digga. Oh nein. Ja, komm, jetzt. Gebt mir den Non-Rare. Ist voll okay. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Digga. Sowas habe ich in den ganzen Jahren Foot-Draft noch nie gesehen. Klar, besseres Rating und sowas, aber alles Icons, Digga. Oh Mann, ey. Aber es ist genau das gekommen, was wir gebraucht haben. Dass wir die ZOMs mit guten Positionen belegt haben. Die Bank kann immer noch scheiße werden. Nicht zu früh freuen. Abhaken. Weitermachen. Abhaken. Weitermachen. Gassier kann ich eigentlich ohne Bedenken mitnehmen und in das rechte ZDM reinbauen. Komm, jetzt muss man Non-Rare so langsam. Ich habe mir schon angefangen, Sorgen zu machen. Hier ist Sports, FIFA. Right back. Trent Alexander Arnold und ich küsse dein Herz. Noch besser. Yo. Digga, also wenn wir auf der Bank noch ein Messi kriegen oder ein Neymar, dann sind wir auf. Dann haben wir es absolut geschafft, Digga. Okay, es ist zwar nur 87 geratet, aber wir haben noch nicht mal einen Torwart und haben da schon eine 89 stehen. Leck mir die Eier, Digga. Ah, ha, 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 91er. Oh mein Gott. Chat, chat, Freunde. Das wird droppen. Das wird zu 100% noch, das wird zu 100% noch droppen. Aber ich hatte noch nie eine 91 da stehen. Noch nie. Ich muss schon wieder ein Foto in die Mod-Gruppe schicken, Digga. Ha, 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 ha. Bitte, Bank. Scheiß nicht rein, Digga. Nicht unlogisch, Hardcore, dreifach so. Genau, das brauche ich gar nicht, Digga. Wenn die ganze Bank jetzt so wird, dann war alles für nichts. Vor allem hier hinten müsste mir ein Messi eigentlich rausgucken. Das wäre so... Ich sag nix, aber ich hätte so gerne noch einen Messi. Ich hätte so gerne noch einen Messi, Digga. Ich nehm Henderson mit und ich kann ihn hier ins ZM stellen. Okay, das wird scheiße wieder. Immerhin noch 84. Wir haben halt niemanden von der Reservebank, den wir rüberziehen können. Außer vielleicht Luzardo, Renato und so im Notfall. Und der Rest hier, Digga, hier muss alles okay werden. Und das wird's nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist schon direkt gedroppt auf eine 90. Es ist das gleiche Spielchen wie immer, Digga. Aber hey, der Rekord ist eine 89. Aber ich hätte mir jetzt halt auch so über eine 90 gefreut. Es ist schon auf eine 89. Also jetzt kann es eigentlich nicht mehr auf eine 88 droppen. Hab ich gesagt, es kann nicht mehr auf eine 88 droppen? Der letzte Pick entscheidet über den Weltrekord. Aber diese Bank hat mir ganz, ganz doll Schwanz in mein Auge gegeben. Ich trau mich gar nicht, hier zurückzudrücken. Drei, zwei, eins. Ich weiß, ob Luzardo da jetzt den Unterschied macht, Mann. Das kann nicht sein. Niemals. Oh mein Gott. Es ist passiert. Ja, kann das. Ja. 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 Aber wow. Wir haben den Weltrekord, Freunde. 189er Footdrap. Doch plötzlich realisierten wir, der Rekord wurde schon wieder gebrochen. Und somit machten wir uns wieder ans Werk. Doch ein Krieger, ein Tiger und Krieger gibt nicht auf. Dieses Video wäre nicht dieses Video, wenn der Rekord nochmal gebrochen wird. Wir haben den Rekord. 98, Baby. Ja, kann das auch okay. 98er Pelé, Baby. Ja, 90er Ronaldo ist auch okay. Ja, 91er Miro. What a great fucking start, my dudes. What a great fucking start, my dudes. Wunderbares Footdraft. Nehme ich auch mit. Ma-Wasser. Super Außenverteidiger, EA Sports. Oh, dann Ruben Dias, Baby. Schmeckt. Schmeckt nicht gut. Scheiße. Nehme ich den trotzdem mit? Ich nehme ihn mit. Das Draft ist gar nicht so schlecht, bis auf die Außenverteidiger. Es ist sogar sehr gut eigentlich. Oh nein. Ich sage, wir kriegen noch eine Icon in der IV. Bam. 89 nur. Dafür, dass wir 280 haben, ist es saustark. Scheiße. Scheiße. Oh. What the bar? Digga, das ist krass. Chat, wir haben einen 94er, einen 93er und noch einen 93er. Das ist wirklich wild. Wenn der Rest jetzt nicht ultra hardcore scheiße wird, dann könnte das mucho grande interessante werden. Digga, so einen verfütten Rekhelme. Bringt mir keine Chemie. Das ist doch scheiß Dreck, Chat. Nehme ich jetzt Baresi für die IV mit? Aber das sind halt drei, das ist so wichtiges Rating, Männer. Aber ich brauche Icon IV, ne? Oh, es tut so weh. Es tut weh. Es tut weh. Wenn wir jetzt nicht wie immer alles voller Non-Rest kriegen, dann ist das echt nice. Also ich erwarte nicht, dass wir noch... Oh, das wird's. Das wird's, Chat. Bitte keine Non-Rest-Ears-Words. Bitte keine Non-Rest-Ears-Words. Bitte. 91. Bye-bye. Wir werden eine 190 schaffen, Chat. Wir werden eine 190 schaffen. Oh. Ich geh erstmal auf die 100 Chemie. Ich geh erstmal auf die 100 Chemie. Ja, jetzt kommen nur noch Non-Rest. 100%. 100%ig. Es soll einfach nicht unter 190 droppen. Bitte, EA Sports. Bitte. Ich trau mich nicht, Viereck zu drücken, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Ich bin gerade ein bisschen aus den Socken. Von den Socken. Leck mich im Arsch. We did it, ladies and gentlemen. Wir haben den Rekord. Hätte ich wirklich nicht erwartet. Das Schlimme ist, es ist eine 191 möglich.